Wir als Kanton Spital Aarau sind eines der grösseren Zentrumsspitäler in der Schweiz. Wir beschäftigen rund 4'800 Mitarbeitende und haben Berufe mit über 300 Funktionen. Und die Mitarbeitenden kommen aus 80 Nationen. Wir sind besonders stolz, dass wir als eines der ersten grösseren Spitäler das Friendly Workspace Label gewinnen konnten. Für uns ist das die Motivation und das Kernziel. Weiter in den nächsten Jahren können wir daran arbeiten. Immer mit dem Fokus, wir wollen gesunde Mitarbeitende. Ein Thema für uns zurzeit sehr präsent ist die Belastbarkeit und auch die psychische Belastung unserer Mitarbeiter. Und in diesem Moment ist es uns wichtig, dass wir früh agieren können, dass wir mögliche Schwierigkeiten erkennen und auch geeignete Massnahmen einleiten können. Das geht an bei einfachen, informellen Gesprächen im Alltag, geht aber weiter über das Angebot von einer Telefonhotline oder von einem KSH-interner Beratungsgespräch oder vielleicht bei Bedarf sogar auch, dass man weitervermittelt wird an eine externe therapeutische Begleitung. Es ist wichtig, dass man Warnsignale von Überlastung und Stress frühzeitig wahrnimmt, dass man geeignete Massnahmen einleiten kann. Und gerade uns Führungsmitarbeiter stellen verschiedene Instrumente zur Verfügung, um uns in diesem Unterstützen, beispielsweise Checklisten für Frühkennungssignale. Wir als Mitarbeiter können uns aktiv zum Thema physische und psychische Gesundheit beteiligen. Wir können auch im Workshop teilnehmen, wie Gesundheit am Arbeitsplatz, wo wir Faktoren benennen können, die gesundheitsfördernd sind, aber auch Faktoren, die ein inneres Risiko für unsere Gesundheit darstellen. Wir treffen uns regelmässig in einer motivierten Gruppe und setzen uns mit herausfordernden Themen wie Arbeitszeitmodell und Work-Life-Balance auseinander. Das Kantonsspital Aarau setzt gezielt auf gesundheitsfördernde Massnahmen. Wir haben zahlreiche gesundheits- und sportfördernde Massnahmen. Wir helfen ihnen beim Rauchstopp, wir helfen ihnen, richtig bei der Arbeit zu sitzen, zu stehen und ihre Tätigkeiten zu verrichten. Mit dem Aufbau und der weiteren Entwicklung eines integrierten und systematischen BGM haben wir uns verpflichtet und ein Versprechen gegenüber unseren Mitarbeitenden abgegeben. Unsere Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt und sollen in erster Linie einen Nutzen aus dem BGM und der Labelauszeichnung ziehen. Zum Beispiel durch bedarfsgerechte Präventivmassnahmen, durch verschiedene interne Unterstützungsangebote und Anlaufstellen, aber auch durch eine frühzeitige und wertschätzende Begleitung und Betreuung für kranken und verunfallten Mitarbeitende. Nicht zuletzt ist es uns wichtiges Anliegen, die Mitarbeitenden direkt und kontinuierlich in die Weiterentwicklung von BGM-Maßnahmen und Angeboten mit einzubeziehen. Die Auszeichnung mit dem Label-Friendly Workspace ist Ausdruck einer Belohnung und Würdigung für die langjährige BGM-Arbeit.